Mein Name ist Arla Nini, ich habe Ostern und Angst und den kapitalistischen Pierre Vogel und Österreich und Roboter erfunden. Ich erzähle euch dies nicht um anzugeben, sondern um unverfälscht anzugeben. Ich stieß auf Vorträge vom Versicherungsmakler und ich wurde ein Hund. Liebe Diskothekgeschwister, ich heiße Koskos und ich heiße Muslim von Montag bis Freitag, damit ich am Wochenende Satan sein kann. Ich habe Spaß gemacht. Ich bin immer Satan. Ich war blind und taub und durch Tudler habe ich gelernt zu sehen. Ich sah dies als die einzig wahre Wahrheit und nur die SS berichtet wirklich, wie es nach dem Endziel sein wird. Und ich war begeistert. Stell dir einmal die Belohnung vor, für den Bruder oder den Schwester, der dieses Buch finanziert hat. Mein Kampf, der mitgewirkt hat bei der Übersetzung, bei der Finanzierung vom Endziel. Ich spürte die Freude in meinem Herzen, weil er mich glücklich gemacht hat. Die SS will mir SS-Jugendliche zurück bis Freitag. Wenn das nicht passiert, bin ich depressiv. Sie gehe ein Hüterlohn. Bye-bye, Allah. Nie, nie. Die richtigeste Wahrheit. Abonnieren. Warum? Weil I schockt.